Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Infovideo. Es geht um Metin 2, die man hier sicherlich schon hinter meinem Trollface sieht. Und ich muss leider sagen, dass das Dreh abgebrochen wird, da uns in letzter Zeit immer, wenn wir aufgenommen haben, sind die Aufnahmen verschwunden. Also wir haben sie wirklich komplett gespeichert, weil dann sind sie auf einmal weg gewesen und so. Und das können wir halt nicht so durchgehen lassen. Wir sind jetzt Level 18 und ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört haben. Und deswegen brechen wir das Projekt fürs Erste ab bis auf Weiteres. Und ja, was kann ich jetzt noch dazu sagen? Genau, es wird jetzt in den nächsten Tagen ein neues Projekt gestartet, mit Minecraft auch wieder. Ihr dürft euch vorfreuen, haha, ich verspreche mich hier ständig. Aber egal, ihr dürft euch darauf freuen. Es hat was mit Technik zu tun, wow, JP hat gespoidert, ich weiß. Und dann würde ich auch schon sagen, das war's mit diesem super kurzen, mega tollen Infovideo. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.